Steile These. Perfektionismus ist einer der Hauptgründe, warum viele von uns Schwierigkeiten beim Programmieren und bei der Softwareentwicklung haben. Lasst uns in diesem Video deswegen genau darüber sprechen und vor allem, wie wir mit Perfektionismus umgehen können. Ich glaube, dieses Video ist eines der Videos, die mir in privaten Nachrichten am meisten nicht direkt vorgeschlagen wurde, aber das ich identifizieren konnte. Programmieren Neulinge wie auch erfolgreiche Programmierer und Software-Ingeniers in Weltkonzernen. Ich habe mit euch allen schon geschrieben und zwar genau über dieses Thema. Ihr seid frustriert, teilweise sogar wirklich verängstigt und das liegt daran, wie wir als Gesellschaft mit Fehlern umgehen. Lasst uns aber dieses Fass nicht aufmachen, zumindest vorerst nicht, sondern uns in der Kultur der Informatiker bewegen. Perfektionismus bezeichnet die Neigung, extrem hohe Standards oder Erwartungen an entweder nur sich selbst oder auch andere zu stellen und ständig nach Fehlern oder Mängeln zu suchen. Perfektionisten streben nach Perfektionen allem, was sie tun und akzeptieren oft nichts, das nicht das beste Ergebnis in der Vorstellung ist. Und nein, das ist kein Schwarz-Weiß-Denken, das ist ein Spektrum. Ich persönlich kann akzeptieren, wenn meine Tutorials nicht die krasseste 5000 Euro Produktion haben, aber wenn ich eine Deadline nicht einhalten kann, mache ich mich persönlich enorm fertig. Das ist aber ein anderes Thema. In der Softwareentwicklung kann aber Perfektionismus dazu führen, dass wir unnötig komplexe und sehr zeitintensive Lösungen bauen, um ein ideales Stück Code zu haben. Ja, Perfektionismus kann damit dazu beitragen, dass Arbeit hochwertig ist, aber es kann leider auch dazu führen, dass man doppelt so lange braucht. Die Software an Features denkt, die der Kunde noch nicht mal selbst bedacht hat und im schlimmsten Fall kann das alles auch zum Burnout führen. Und das ist kein Spaß. Man spricht hierbei ganz gerne von Over-Engineering. Zusätzliche Abstraktionsebenen, die eigentlich nicht unbedingt nötig gewesen wären. Code-Laufzeit-Optimierung, bevor man weiß, wie viel Leistung der Code am Ende wirklich braucht. Extrem komplexe Datenstrukturen und Algorithmen. Exzessive Modularisierung. Oder das krasseste Beispiel, das ich jemals gehört habe, ein eigenes ausgeklügeltes Plugin-System, um eventuell zukünftig Plugins noch berücksichtigen zu können, obwohl das zu dem Zeitpunkt noch nicht mal eine Idee für das Projekt war. Aber auch bei neuen Programmierern sehe ich hier eine Tendenz, zumindest manchmal, die Angst, Dinge falsch zu machen. Ein Fehler im Code wirkt dann oftmals völlig, als hätte man eine Thematik nicht verstanden. Eine Lösung zu programmieren, um dann eine zu sehen, die zum Beispiel komplexere Datenstrukturen verwendet, führt für diese Leute gut und gerne dazu, dass sie sich schlecht fühlen. Und das auch, wenn sie diese Datenstruktur vielleicht noch gar nicht mal gelernt haben. Es gibt einige Gründe für genau diesen Perfektionismus. Kleine Vorwarnung, das kann jetzt ein bisschen an die eigene Substanz gehen und ich will hier niemanden verletzen oder beleidigen. Das sind eher meine Learnings aus der ganzen Thematik. Ich bin auch noch nach fast elf Jahren unsicher meinen Videos gegenüber, was zumindest manche meiner Videos angeht. Ne, nochmal. Ich bin extrem unsicher, wenn ich mit Frameworks oder Sprachen arbeite, die ich nicht kenne. Diese Unsicherheit ist aber fast immer ein Grund bei vielen für Perfektionismus. Wie oft habe ich die Aufnahme von manchen Tutorials wiederholt, weil ich an einer Stelle nicht ganz zufrieden war. Man tut vieles dafür, um Fehler oder Kritik zu vermeiden. Das Ganze liegt aber häufig daran, dass wir noch nicht genug Erfahrung in diesem Gebiet haben. Die ersten Videos mit Gesicht waren für mich ebenso grausam wie die ersten Zeilen Code, kann man sagen. Das Ganze wird mit der Zeit aber immer besser. Manchmal möchte man aber auch einfach die Likes, ob in der echten oder der digitalen Welt. Krasser Code wird gelobt und Lob fühlt sich gut an. Unser Gehirn ist da drauf gepolt. Unsere Vorgesetzten treiben das an. Anspruchsvolle Technologien zu nutzen, vielleicht irgendeine selbst gebaute Listenstruktur für nischige Anwendungsfälle kann zu Oh krass, wow, du bist so fleißig Ausrufen führen. Aber wenn sie eigentlich nicht nötig ist, hätten wir in der Zeit vielleicht lieber das nächste Feature auf dem Kanban-Board bauen können. Viel häufiger sehe ich aber noch einen weiteren Aspekt. Im Team wird manchmal einfach nicht so gut kommuniziert, wie das sein sollte. Wenn ihr nicht wisst, was eure Kollegen bauen, baut ihr sozusagen eure eigene spezielle Substanz, um drumherum zu bauen. Und damit potenziell das Versagen anderer auszugleichen. Auch wenn derjenige, der die Software beauftragt hat, euch nicht ganz genau sagt, was eigentlich gewünscht ist, kann das ein Grund für Perfektionismus sein. Man denkt sich selbst tausende Dinge aus, die auch nützlich sein könnten, die es aber oft nicht sind, weil der Kunde es nicht braucht. Der letzte Grund, den ich kurz anbringen möchte, ist mir schon ein paar Mal passiert. Ich sehe ihn aber auch in größeren Teams von großen Unternehmen und da finde ich ihn irgendwie lustig. Technologie-Hype. Das bedeutet, man arbeitet mit einer Technologie nicht, weil es was bringt, sondern um der Technologie willen. Geht man hier aber ein wenig tiefer, sehen wir eigentlich drei große Batzen. Psychische Komponenten, wie Angst, Unsicherheit oder Karrierewunsch. Kommunikationsprobleme, zum Beispiel im Team oder mit Stakeholdern. Und einfach Interesse. Es gibt viele Lösungsansätze dazu, denn immerhin wollen wir ja effizient arbeiten und zufrieden dabei sein. Und das wollen sowohl eure Arbeitgeber als auch vermutlich ihr selbst. Aber oft muss man das Thema erstmal bei sich selbst identifizieren. Ich möchte euch trotzdem hier ein paar Ansätze geben, was bei euch helfen kann oder was uns auch insgesamt im Unternehmen oder gesamtgesellschaftlich helfen kann. Um mit Fehlern souveräner umgehen zu können, bedarf es einer Fehlerkultur. Ein Glück ist die Informatik wahrscheinlich das Gebiet mit der besten Fehlerkultur überhaupt. Das liegt an einem einfachen Fakt. Es ist völlig unmöglich, Software zu entwickeln, ohne Fehler dabei zu machen. Fehler sind völlig normal und menschlich. Und wenn ihr einen Semikolon vergesst, ist das völlig egal. Auch komplexe Fehler, Logikfehler zum Beispiel, sind absolut okay und normal und passieren einfach. Genau deshalb wurden ja Tests entwickelt. Aber hier gibt es vor allem für die Neuen unter euch eine wichtige Devise. Es gibt kein Gut oder Richtig bei Code. Es gibt nicht eine Lösung, sondern vermutlich Tausende. Manche sind komplex, andere eher nicht. Komplex heißt vielleicht schwerer zu lesen, komplexer für den Compiler zum Kompilieren oder auch das Nutzen von aufwändigen Datenstrukturen. Ihr seht aber schon, das heißt nicht besser oder schlechter. Einfach, anders heißt das. Manche Lösungen sind vielleicht schneller, andere lassen sich dafür besser lesen. Man muss immer abwägen, was für den jeweiligen Fall vielleicht gerade wichtig ist. Aber häufig ist das Wichtigste, einfach eine Lösung zu haben. Ja, doof, oder? Da wird man schon Informatiker, weil man am liebsten nur vorm Rechner sitzt und dann hört man doch ständig wieder nur von Kommunikation hier Kommunikation da. Ich glaube, dieses Klischee stirbt zum Glück mittlerweile fast aus. In der Informatik braucht es nämlich, wie in den meisten Berufen, Soft Skills bzw. Social Skills. Man muss zum Team passen, eine persönliche Komponente mitbringen, nennt es wie ihr wollt. Ich hatte dazu mit einem Kollegen in der Academy einen Kurs gemacht. Das muss aber tatsächlich im besten Fall von beiden Seiten bei der Kommunikation kommen. Für euch zum Mitnehmen, wenn euch Anforderungen nicht glasklar sind, gebt es wirklich zurück. Sagt dem Arbeitgeber oder dem Stakeholder, nö, so machen wir das nicht. Sagt uns genau, was Sache ist. Auch hier muss man eigentlich den Arbeitgeber wieder in die Mangel nehmen. Denn der Technologie-Hype ist an sich was Gutes. Aber man muss sich in einem sinnvollen Rahmen überlegen, ob eine neue Technologie wirklich für einen bestimmten Anwendungszweck geeignet ist. Ein Beispiel. Momentan wollen alle was mit KI machen. Es gibt zig Förderungen vom Staat für KI. Der Hype ist immens. Aber oft geht es nur darum, KI zu nutzen, nicht sie sinnvoll zu nutzen. Und während es selbstverständlich unfassbar viele Use Cases für KI gibt, heißt das nicht, dass bei euch in der Anwendung unbedingt einer drin ist. Das gilt aber auch für Frameworks oder Bibliotheken. Bevor wir was in die Academy einbauen, teste und überlege ich vorher in extra Projekten, ob es das wirklich bringt und wie man das sinnvoll machen kann. Diese Zeit muss entweder der Auftraggeber einbringen oder euch zur Verfügung stellen, um euch zum Beispiel weiterzubilden, damit ihr euch einarbeiten könnt. Es gibt aber noch ein paar Prinzipien aus der modernen Softwareentwicklung, die man hier direkt anwenden kann. Das KISS-Prinzip. Vielleicht kennt ihr es aus meiner Clean-Code-Reihe. KISS steht für Keep it simple stupid. Und meint sowas wie mach keinen unnötigen Mist, den du nicht brauchst. Danke Sherlock, an dem Punkt waren wir schon. Das bezieht sich aber auch auf folgende Tatsache. Wir bedenken gerne schon Features, die erst in 5 Versionen drankommen könnten. Das macht wenig Sinn, denn bis da können sich die Anforderungen einfach massiv ändern. Und meistens tun sie das. Wollt ihr heute vielleicht noch einen Assistant in eure Software einbauen, der Sprache erkennen kann? Wollt ihr morgen vielleicht vor allem einen Assistant, der Funktionen eurer Anwendung ausführen kann? Baut ihr schon heute einen Plan für den ersten Gedanken, obwohl ihr noch nicht mal das Drumherum der Anwendung fertig habt, verschwendet ihr Zeit und damit Energie, die in andere Features gehen kann. Deswegen der Leitsatz, alles was nicht nötig ist, wird noch nicht gemacht. Es wird immer nur bis zum nächsten Release gedacht. Features werden eingebaut, dadurch natürlich auch der Code verändert. Und das ist okay so. Bestehender Code darf gerne über Bord geworfen werden, wenn man etwas anderes braucht oder was anpassen muss. Das gilt aber auch für die Optimierung. Bevor ein Feature nicht fertig ist, kann man selten sagen, wie dringend dieses Feature gebraucht wird und dadurch, wie viel Laufzeit es verursacht. Schreibt erstmal euren Code fertig mit der besten Version, die euch gerade so einfällt. Und wenn sich am Ende dieses Fragment als besonders wichtig und ineffizient herausstellt, dann könnt ihr es immer noch optimieren. Aber auch aufzuteilen, wer wofür zuständig ist, kann extrem helfen. Wichtig ist dann nur, dass ihr euch austauscht, welche Funktionen ihr voneinander jeweils braucht. Dafür ist Swagger zum Beispiel ein ziemlich nützliches Tool. Beziehungsweise jetzt heißt es ja OpenAPI. Übrigens, wenn euer Code in der ersten Lösung nicht so gut wartbar oder lesbar ist, auch das ist völlig okay und normal. Der Prozess, der dann zum Einsatz kommt, nennt sich Refactoring. Habe ich schon mal ein dediziertes Video dazu gemacht und kann ich maximal empfehlen. Denn Refactoring ist am Ende etwas, das ihr nicht wenig tun werdet. Seht es ein bisschen so, Codeschreiben ist ein iterativer Verbesserungsprozess. Erstmal ist es eine Lösung, aber mehr halt auch nicht. Dann wird es plötzlich ergänzt, erweitert. Und wenn ihr nicht aufpasst, habt ihr Frankensteinsmonster geschaffen. Wenn ihr allerdings immer wieder zwischendrin euren Code schön macht, dann wächst es zu einem ansehnlichen und nutzbaren Projekt. Der Kerngedanke hinter KISS ist eigentlich agile Softwareentwicklung. Aber das geht jetzt hier ein bisschen zu weit. Um euch aber auch gerade im Unternehmen die Angst vor Fehlern zu nehmen, fragt gerne nach Pair-Programming in eurem Team. Aber auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Dabei setzt man sich gemeinsam an ein Stück Code dran und arbeitet das aus. Man macht Fehler gemeinsam, korrigiert sich gegenseitig und verbessert den eigenen Stil. Das lindert Ängste, fördert Kommunikation, verbessert Code-Qualität und vermeidet Over-Engineering. Ich habe zu Pair-Programming schon ein eigenes Video gemacht, das ich hier dann am Ende auch verlinken werde. Code-Reviews sind ein bisschen wie Pair-Programming-Lite. Ich arbeite nicht direkt zusammen an einem Projekt mit einem Kollegen, bekomme aber dann am Ende Feedback von ihm dazu. Und das kann auch extrem nützlich sein und hilft, den Code zu verbessern. Aber die Angst vor Code-Reviews ist leider sehr real und nicht gerade förderlich, was Perfektionismus angeht. Vor allem gerade beim Einarbeiten empfehle ich deswegen wirklich stark das Pair-Programming. Später kann man dann vielleicht zu Code-Reviews übergehen, aber macht das bitte nicht so, dass immer nur einer reviewt wird und der andere schreibt nur den Code und kriegt dann immer das schlechte Feedback. Wenn es geht, versucht das irgendwie abzuwechseln. Wenn wir über Perfektionismus sprechen, müssen wir aber auch ganz kurz über den Begriff der technischen Schulden sprechen. Der Begriff ist metaphorisch zu verstehen und meint folgendes. Technische Schulden sind metaphorische Schulden, die entstehen, wenn Entwickler Kompromisse bei der Qualität, Struktur oder Wartbarkeit machen, um kurzfristige Ziele oder Liefertermine zu erreichen. Diese Kompromisse können dazu führen, dass die Software in Zukunft schwieriger zu erweitern, anzupassen oder zu warten ist und möglicherweise zusätzliche Kosten oder Zeitaufwand verursachen. Im Endeffekt ist also technische Schulden zu vermeiden häufig das Ziel von Perfektionismus. Technische Schulden können aber aus verschiedenen Gründen entstehen. Aufgrund von knappen Zeitvorgaben, unzureichenden Ressourcen, mangelnden Erfahrungen oder unklaren Anforderungen. Auch Entscheidungen wie die Verwendung veralteter Technologien oder die Implementierung von schlecht durchdachten Lösungen können zu technischen Schulden führen. Das ist ein Teufelskreis. Technische Schulden zu haben, kann dazu führen, dass Entwickler mehr Zeit und Mühe aufwenden müssen, um Fehler zu beheben, Funktionen zu erweitern oder die Software an veränderte Anforderungen anzupassen. Im schlimmsten Fall können dann die technischen Schulden dazu führen, dass ein Softwareprojekt unrentabel wird oder scheitert. Um sich zu vermeiden, sollte man, wenn möglich, sie frühzeitig erkennen und dann priorisieren. Ihr solltet deshalb also Code Reviews, automatische Tests und statische Code Analyse Tools definitiv verwenden, um diese technischen Schulden zu identifizieren und sie dann loszuwerden. Refactoring, Verbesserung des Workflows und Best Practices helfen beim Abbau immens. Und klar, ein gewisses Maß an Perfektionismus kann dazu beitragen, technische Schulden zu reduzieren. Höhere Code-Qualität, Struktur und Wartbarkeit sind ja an sich was Gutes. Allerdings kann übermäßiger Perfektionismus auch zu Over-Engineering führen. Und das wiederum kann dazu führen, dass sich die technischen Schulden erhöhen, nicht lindern. Viel wichtiger ist mir aber an der Stelle zu sagen, es ist a völlig normal, dass sich gewisse technische Schulden einschleichen. Man muss immer nochmal drüber über den Code gehen und ihn dann verbessern. Er ist eigentlich beim ersten Mal, habe ich noch nie guten Code gesehen oder perfekten Code. Das muss ein Unternehmen an der Stelle einfach bedenken. Und b liegt es übrigens als Angestellter nicht komplett in eurer Hand. Denn wie viel Zeit ihr zum Lernen habt, wie viel Zeit für Refactoring oder Testschreiben oder Code Reviews, das ist oft gar nicht eure Entscheidung. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video eine wichtige Nachricht rüberbringen. Zwar ist schlampig zu arbeiten nicht gut, aber zu penibel und zu perfekt zu arbeiten bringt auch nicht viel. Ihr macht euch dadurch fertig und seid am Ende unmotiviert. Der Code wird oft auch nicht besser, sondern eher bloated und overengineert. Oftmals ist es besser, diese eine Stelle im Code doch zu löschen, denn ihr braucht sie vermutlich nicht mehr. Wir struggeln zwar alle, aber der Leitsatz ist eins nach dem anderen. Erstmal das eine Feature fertig, dann über das nächste nachdenken. Wenn das dazu führt, dass ihr einen Großteil ändern müsst, dann ist das normal. Dann habt ihr aber wenigstens die Chance, gleich nochmal den Code zu überarbeiten. Das müsst ihr ohnehin stetig tun. Und auch gerade für die, die Programmieren lernen. Es ist wichtig, dass ihr Fehler macht. Aus denen könnt ihr lernen und anschließend etwas besser machen. Niemand ist perfekt, aber das ist völlig okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.